Der neue C2 Tourer. Innovation trifft auf Komfort im Leichtbau Wohnmobil. Der C2 Tourer ist das neueste Highlight im Wohnmobilmarkt und verbindet scheinbar widersprüchliche Eigenschaften, Leichtbau und erstklassigen Komfort. Diese neue integrierte Baureihe auf dem bewährten Mercedes-Benz Sprinter Chassis setzt neue Maßstäbe für Reisemobile und bietet sowohl in der 3,5 Tonnen Gewichtsklasse als auch in der komfortorientierten 4,2 Tonnen Variante unvergleichlichen Luxus einzigartiger Komfort in Leichtbauweise. Der Smartliner. Der C2 Tourer ist mehr als nur ein Reisemobil. Er ist ein Smartliner, der die perfekte Kombination aus Komfort und Leichtbau vereint. Besonders beeindruckend ist die innovative Leichtbauweise der 3,5 Tonnen Modelle, die es ermöglicht, innerhalb der zulässigen Gesamtmasse zu bleiben, ohne auf Annehmlichkeiten und Zuladung zu verzichten. Dies macht ihn ideal für Fahrer mit einem Führerschein der Klasse B, selbst bei vier Personen an Bord. Vielseitige Modelloptionen für unterschiedliche Bedürfnisse. Der C2 Tourer bietet eine Auswahl an Modellen, die sich durch ihre spezifischen Eigenschaften und Grundrisse auszeichnen. Lightweight 3. 5T Modelle. Diese Modelle sind auf Leichtigkeit ausgelegt und bleiben unter der 3,5 Tonnen Grenze, was sie besonders für diejenigen attraktiv macht, die mit einem Führerschein der Klasse B unterwegs sind. Die Modelle I145 RBLE, I147 RBLE-K und I148RBQBK bieten jeweils unterschiedliche Layouts, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind. Comfort 4. 2T Modelle. Für diejenigen, die nicht auf die 3,5 Tonnen Beschränkung angewiesen sind und maximalen Komfort wünschen, bieten die 4,2 Tonnen Modelle ein Höchstmaß an Ausstattung. Diese Modelle bieten enorme Zuladungsreserven und eine Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt. Schlankes Design mit beeindruckender Funktionalität. Die schlanke Karosserie des C2 Tourer mit einer Aufbaubreite von nur 2,17 Metern macht das Fahrzeug besonders handlich und leicht manövrierbar, ohne dabei den Komfort zu beeinträchtigen. Die Kombination aus dem Mercedes-Benz Sprinter Chassis und dem ALCO Tiefrahmen sorgt für eine stabile und sichere Fahrt, während das geringe Gewicht eine beeindruckende Effizienz ermöglicht. Exterieur, Dynamik trifft auf Eleganz. Das äußere Design des C2 Tourer ist ein echter Blickfang. Die komplett neu gestaltete Front mit einem markanten sechseckigen Kühlergrill und Full-LED-Frontscheinwerfern sorgt für eine moderne und dynamische Optik. Das neue C-Branding im Mittelteil und das elegante Dynamic-Design-Hack mit markanten Rückleuchten machen den C2 Tourer zu einem stilvollen Begleiter auf jeder Reise. Innenraum, Komfort und Raffinesse auf höchstem Niveau. Der Innenraum des C2 Tourer überzeugt durch eine durchdachte Gestaltung und hochwertige Materialien. Die Grundrisse aller Modelle bieten ein Raumbad mit gegenüberliegender Dusche, eine Winkelküche mit großzügiger Arbeitsfläche und Kühlschrank sowie eine L-Wohnsitzgruppe mit ergonomischen Polstern. Die extra großen Betten bieten eine Liegefläche von bis zu 200 Zentimeter Länge, was für höchsten Schlafkomfort sorgt. Der einzigartige Doppelbodenkeller bietet zudem jede Menge Stauraum und ermöglicht es auch längere Reisen problemlos zu meistern. Fazit. Ein Wohnmobil für höchste Ansprüche. Der C2 Tourer setzt neue Maßstäbe im Bereich der Reisemobile, indem er Leichtbau und Komfort auf beeindruckende Weise vereint. Egal ob als leichtes 3,5 Tonnen Modell oder als luxuriöse 4,2 Tonnen Variante. Der C2 Tourer bietet für jeden Geschmack und jede Anforderung die passende Lösung. Mit seiner modernen Ausstattung, dem eleganten Design und der durchdachten Funktionalität ist er die perfekte Wahl für anspruchsvolle Reisende, die auf nichts verzichten wollen. Schauen Sie auch weitere Videos von uns an, um immer auf dem neuesten Stand zu sein und folgen Sie uns, um nichts zu verpassen. Das Team von Caravan & Cars 4,5 Tonnen 4,5 Tonnen 5 Tonnen